So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video im Modul der Mikroökonomie. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, heute geht es um die Produktionsmöglichkeiten-Kurve, auch genannt Transformationskurve. Dazu habe ich zwei Teilaufgaben mitgebracht. Ich packe euch wie immer alles weitere unterhalb des Videos in die Videobeschreibung hinein. Für Fragen, Anregungen, Kritiken etc. immer gerne die Kommentare nutzen. Wenn ihr weiteren Input zur Mikroökonomie bzw. auch zu diesem Thema braucht, schaut euch mal gerne auf unserem Channel in der Playlist der Mikroökonomie um. So wie im Einführungsmodul der Volkswirtschaftslehre oder auch der Preisteorie. Ihr findet auch sämtliche Fragenkataloge zu sämtlichen Modulen auf unserer Webseite, also auch dort gerne mal vorbeischauen. So, das erstmal zum Vorgeplänkel. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein hier mit der Produktionsmöglichkeiten-Kurve. Das ist eigentlich Basiswissen. Wir vertiefen das heute nur ein wenig, indem ich nochmal eine zweite bzw. eine geteilte Fragestellung hier mit einbringe. Seht ihr gleich. Also, Produktionsmöglichkeiten-Kurve bzw. Transformationskurve zeigt diejenigen Output-Kombinationen an, die bei Einsatz der verfügbaren Produktionsfaktoren bzw. der Ressourcen, die verfügbar sind und Produktionstechnik, überhaupt realisierbar sind. Und jetzt habe ich hier zwei Teilaufgaben. Erste Aufgabe. Beschreiben Sie die Technologiemenge eines Unternehmens und beantworten Sie, welcher Teil der Technologiemenge die Produktionsmenge beschreibt. Wir befinden uns jetzt hier im Thema Produktion und Technologie bzw. innerhalb der Produktionstheorie. Und ja, im Anschluss dann, zweite Aufgabenstellung, entwerfen Sie grafisch einen effizienten Produktionsplan. Ich habe es extra nochmal in Klammern hingeschrieben, weil man könnte es ja auch anders verstehen, dass man jetzt irgendwas hinschreiben soll oder irgendwas ausrechnen soll oder so. Nein, wir werden das Ganze hier grafisch dann lösen. Das ist immer ganz gut als Einstieg. So, fangen wir mal an mit der ersten Aufgabenstellung. Und zwar beschreiben Sie die Technologiemenge eines Unternehmens. Das beschreibt alle technisch möglichen Input-Output-Kombinationen. Wie diese Kombinationen aussehen, das können wir anhand der Produktionsfunktionen dann erkennen. Ich habe jetzt hier keine mitgebracht. Vielleicht werde ich euch gleich nochmal ein Beispiel hier skizzieren. Aber ich habe ja schon eine Rechenaufgaben hochgeladen. Schaut euch die gerne mal an. So, dann wollen wir aber noch den zweiten Teil der Fragestellung eingehen. Und zwar, welcher Teil der Technologiemenge die Produktionsmenge eigentlich beschreibt. Also, die Produktionsfunktion gibt die maximale Outputmenge an, die ein Unternehmen mit jeder angegebenen Kombination von Inputs erzeugen kann. Passt hier sogar hin. Damit wären wir dann hier mit der Fragestellung auch schon durch. So, dann geht es jetzt um den Kern dieses Videos. Und zwar um den effizienten Produktionsplan. Und da erstellen wir jetzt eine sogenannte Produktionsmöglichkeiten-Kurve, beziehungsweise eine Transformations-Kurve. Ich habe jetzt hier keine Funktionen gegeben. Anhand der Funktionen kann man natürlich ganz genau das skizzieren. Wir werden das jetzt abstrakt hier skizzieren. Aber so wie ich es skizziere, gilt es für jede Produktionsfunktion. Nur eben, wo beginnen wir auf der Eunaten-Achse und wo enden wir auf der Abscissen-Achse. Das unterscheidet sich dann. Aber wie ich es jetzt skizziere, das ist immer identisch. Es geht jetzt hier darum zu verstehen, wo finde ich denn hier diesen effizienten Produktionsplan. So, wir haben ein Kornatensystem. Eunaten-Achse, Abscissen-Achse, beziehungsweise Y-Achse und dann hier unten die X-Achse. Wir brauchen zwei Güter, die wir produzieren. Und zwar, ich nehme jetzt hier einfach mal Industrieunternehmen. Wir befinden uns ja jetzt hier in Industrie. Ein Handelsunternehmen produziert er in der Regel nicht. Ein Handelsunternehmen vertreibt die Produzierten, die Fertigerzeugnisse. Die Industrie verkauft an den Handel die Fertigerzeugnisse, die dann als Waren im Handelsbetrieb gelistet werden und dann eben in der Regel nochmal an den Einzelhändler gehen oder an den weiteren Zwischenhändler, Großhändler und, und, und bis eben zum Endverbraucher. Das wird im Hinterkopf haben. Wir schauen uns jetzt hier also einen Industriebetrieb an. Ich schreibe das hier nochmal hin. Das ist ein bisschen BWL, aber es macht ja durchaus mal Sinn, das auch zu verknüpfen. Also, Industriebetrieb, denn Industriebetriebe produzieren. Industriebetriebe produzieren. Produzieren. Was produzieren sie? Güter. Güter oder auch in der BWL Fertigerzeugnisse. Fertigerzeugnisse. Es macht manchmal Sinn, auch mal so ein bisschen Bezug nehmen zu den anderen Modulen, die an der Uni kennenlernen. Dann kann man sich das auch ein bisschen besser merken. So, also effizient. Wir brauchen zwei Güter. Wir nehmen jetzt einfach mal einen Möbelhersteller. Und Möbelhersteller produziert Tische und Stühle aus Holz. So, also Beispiel. Beispiel. Möbelhersteller. So, Möbelhersteller. So. Und dieser produziert hier einmal Tische. Und einmal Stühle. So. Hier kommt jetzt die Menge hin. Deshalb sollten wir noch hinschreiben, dass es sich hierbei um die Menge handelt. Die Menge der Stühle, die produziert wird. Und dann hier entsprechend die Menge der Tische. Das nicht vergessen. Oder Anzahl der Tische hinschreiben. Oder Anzahl der Stühle hinschreiben. Hauptsache ist ersichtlich, was meint ihr mit Stühlen, Tischen? Sind das jetzt irgendwelche Preise oder so? Sind das Mengen? Was tragt ihr hier ab? Das müsst ihr einmal erkenntlich machen. Mengen wollen wir hier abtragen. So, dann brauchen wir eine Kurve. Und zwar, wir brauchen einen Startpunkt. Einmal hier über den Tischen. Auf der Eurtenatenachse. Und gehen dann runter. Wie so eine Kurve. Deshalb auch Produktionsmöglichkeitenkurve. Gehen hier runter. Zack, zack, zack. Bis zu einem Endpunkt. Den finden wir dann hier. Und das wäre dann hier unsere Produktionsmöglichkeitenkurve. Ich schreibe das mal hin. Oder Transformationskurve. Produktions. Wir haben genug Platz. Und lassen uns hier auch schön Zeit. Ihr könnt schön mitskizzieren. Möglichkeitenkurve. Möglichkeitenkurve. Oder eben Transformationskurve. Transformationskurve. Kann es sein, dass ihr mit Literatur arbeitet. Oder an einem Lehrstuhl. Die Inhalte euch aneignet. Wo eben Produktionsmöglichkeitenkurve nicht verwendet wird. Sondern der Begriff der Transformationskurve. Da habt ihr das auch parat. Ja. So. Also. Hier haben wir unsere Produktionsmöglichkeitenkurve. Welche Punkte können wir jetzt hier von da differenzieren? Ich mache das mal kurz. Und zwar. Nehmen wir mal grün. So. Wir können also einmal die Punkte unterhalb der Kurve realisieren. Also diese. Diese Fläche. Alles am Punkten unterhalb dieser Kurve hier. Das wären erreichbare, realisierbare Lösungen. Output Kombinationen können wir auch sagen. Steht ja hier oben auch. Output Kombinationen, die realisierbar sind. So. Die finden wir hier. Wir produzieren Tische und Stühle. Jetzt die Frage, wie viele Tische und wie viele Stühle produzieren wir. In der Regel ist es eben ein Tisch, zwei oder vier Stühle. Und ja. Alles was unter dieser Kurve liegt, ist eben für uns mit den verfügbaren Produktionsfaktoren. In der VBL Arbeit, Boden, Kapital und Wissen bzw. Bildung. Ist das möglich. Ist das möglich. Was ist denn mit den Punkten auf der Kurve? Auf der Kurve ist natürlich auch möglich. So. Auf der Kurve haben wir aber unseren effizienten Produktionsplan. Warum haben wir ihn auf der Kurve? Weil wir hier unsere verfügbaren Ressourcen bzw. die Produktionsfaktoren voll ausschöpfen. Mehr können wir nicht produzieren als auf der Kurve. Ja. Was ist denn jetzt außerhalb der Kurve? Machen wir auch mal. So. Versuche das hier mal so ein bisschen rum zu skizzieren. Ist wie gesagt nur eine Skizze. Es geht ja hier ums Verständnis. Wie ihr das für euch dann skizziert. Was haben wir da hingestellt? Ich will einfach nur die Fläche außerhalb der Kurve hier euch zeigen, was damit gemeint ist. Außerhalb der Kurve können wir nicht realisieren. Wir können jetzt hier nicht sagen, okay wir produzieren 1000 Tische und 500 Stühle. Das funktioniert nicht. Wenn wir jetzt einen konkreten Wert hätten oder so und wir sagen mal, das liegt außerhalb. Nicht realisierbar. Punkt. Wir müssen unsere, wie könnten wir das denn realisieren? Diese Punkte. Wir könnten diese Punkte realisieren, wenn wir unsere Kapazitäten erweitern. Wenn wir sagen, wir haben jetzt nur eine Maschine im Betrieb, die Tische und Stühle produziert. Wir kaufen noch eine zweite Maschine. Zweites Lager mit einer zweiten Maschine. Oder zweite Produktionszahle mit einer zweiten Maschine. Dann würde die Produktionsmöglichkeitenkurve etwas größer hier ausfallen. Also wenn wir Punkte außerhalb dieser Kurve realisieren wollen, müssen wir unsere Kapazitäten erweitern. Und da halten wir jetzt ein bisschen noch was fest. Also, erstmal schreibe ich hier hin. Grün realisierbar. So, rot. Nicht realisierbar. Grün realisierbar. So. Eventuell Kapazitäterweiterung. Kapazität erweitern. Indem wir eine neue Maschine kaufen. So, und die Punkte auf der Kurve. Ich mache das mal blau. So, das ist unser effizienter Produktionsplan. Machen wir mal einen Punkt beispielsweise hin. Zum Beispiel hier. So, das wäre jetzt hier effizient. So, demzufolgen müssen wir hier auch noch hinschreiben. Aber ineffizient, weil wir nicht alle Ressourcen ausschöpfen in effizient. Wir lassen die Maschine nur bei 50% laufen. Was auch Sinn machen kann, eine Maschine nicht immer bei 100% bei Vollauslastung laufen zu lassen, weil das Material die Maschine schneller verschleißt. Und wir müssen auch dort eben, ja, die optimale Auslastung für uns finden. Und in der Regel sind das nicht die 100%. 100% ist dann eben, wenn wir massig an Aufträgen haben, wir kommen nicht mehr hinterher, dann lassen wir die eine Zeit lang unter Volllast eben laufen. Das halten die Maschinen in der Regel auch eine Zeit lang aus. Aber der Verschleiß ist umso größer. Und ich muss dann ständig Maschinen reparieren und so. Dann fällt mal wieder hier und da was aus, das auch im Hinterkopf haben. Das ist wieder ein bisschen BWL. Aber kann man ja auch ein bisschen mit einbringen halt, wenn man sich hier drüber unterhält. Und ja. Dann würde ich sagen, schreibe ich noch ein bisschen was auf. So, ich habe nämlich noch was mitgebracht. Ein effizienter Produktionsplan befindet sich auf der Produktionsmöglichkeitenkurve, da auf der Kurve alle verfügbaren Ressourcen genutzt werden. Das schreibe ich jetzt hier nicht nochmal auf, das haben wir jetzt verbal geklärt. Aber ich habe noch was anderes mitgebracht, sogar aus der Preisteorie. Und das will ich auch nicht vorenthalten. Und zwar die Produktionsmöglichkeitenmenge bezeichnet alle realisierbaren Input-Output-Kombinationen. Also ich bringe so viel Kapital ein. Also die und die Maschinen bringe ich ein. Die und das und das Personal bringe ich ein. Meinetwegen zehn Angestellte, die an der Maschine arbeiten oder am Fließband, wie auch immer. Ja, ich habe die Produktionshalle. Das ist mein Input-Teil, den ich einbringe. Das sind die Produktionsfaktoren bzw. die verfügbaren Ressourcen. Und raus kommt dann beispielsweise hier effizient 20 Tische und 80 Stühle. So, Input-Output-Kombination mit gegebener Technologie und beschreibt den Bereich auf und unterhalb der Produktionsmöglichkeitenkurve. Ein effizienter Produktionsplan befindet sich auf der Produktionsmöglichkeitenkurve. Ich weiß, ein langer Begriff, da auf der Kurve alle verfügbaren Ressourcen genutzt werden. So, wir laufen also auf Volllast. Schreibe wieder mal hin. So, Entläuterung. So. Dann machen wir nochmal einen Kasten drum. Und dann passt das so weiter. Meist so weit das Wichtigste hier besprochen. Ja, habe ich sonst noch was beizutragen? Ich kann euch eine Funktion noch mitgeben. Formulieren Sie ein Beispiel für eine Produktionsfunktion. So, Beispiel. Jetzt muss ich kurz das Tool hier ändern. Ja, wenn, dann machen wir jetzt einmal alles. Da habt ihr alles parat. Zum Beispiel Produktionsfunktion. Produktionsfunktion. So, in der Regel als Cobb-Douglas-Funktion. Also, Q gleich. Die Notation nimmt ihr nicht zu ernst. Sie können bei euch wieder anders aussehen. LK. So, und da haben wir einfach L mal K. So, ganz einfach Cobb-Douglas-Funktion. Aber wie gesagt, da habe ich ja ein Rechenbeispiel schon hochklart. Ich werde jetzt hier nochmal zwei Punkte nochmal eins skizzieren. Hier haben wir eine Grenze, wenn wir jetzt nur Tische produzieren, dann landen wir hier. Dann können wir maximal hier landen, produzieren aber keine Stühle und hier dann auch nochmal eine Grenze. Wenn ihr eine Grafik erstellt, ihr habt konkrete Werte gegeben, eine Produktionsfunktion gegeben, dann bitte auch die wichtigsten Punkte hier beschriften. So, es wäre hier der Punkt, der Punkt und dann, wo ist der Planen auch effizient? Also, welche Kombination, für was haben wir uns jetzt hier entschieden auf der Kurve? Ja, und da kann man dann auch wieder mit Grenzraten der technischen Substitutionen dann auch arbeiten und so weiter und so fort. Das wird jetzt aber hier zu weit gehen. Mir wichtig, dass ihr dieses Konzept hier, diese Theorie dieser Produktionsmöglichkeiten-Kurve, bzw. Transformations-Kurve verstanden habt. Einmal grafisch das skizzieren könnt, die wesentlichen Punkte erläutern könnt und dann hier nochmal allgemein nochmal dieses Konzept da nochmal Bezug zu nehmen können. Das wird es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!